Zwei Rentner-Ehepaare sind mit dem Auto auf der Autobahn und fahren nicht mehr als 81 Kilometer pro Stunde. Ein Polizist hält das Auto an. Der Opa fragt, waren wir zu schnell? Darauf der Polizist, nein, aber warum fahren sie so langsam? Der Opa fragt, darf man schneller fahren? Ja, ich denke 100 Kilometer pro Stunde kann man ruhig fahren. Da sagt Opa, aber auf dem Schild steht A81. Ja und? Was meinen Sie? Na, da muss ich doch 81 Kilometer pro Stunde fahren. Der Polizist erklärt, nein, nein, das ist doch nur die Nummer der Autobahn. Ach so, danke für den Hinweis, sagt Opa. Der Polizist schaut auf die Rückbank des Autos und sieht zwei steif sitzende Omis mit weit aufgerissenen Augen und unendlich großen Pupillen. Da fragt der Polizist fürsorglich die beiden Rentner, was ist denn mit den zwei hinten los? Ist den Damen nicht gut? Da sagt der andere Opa, doch, doch, wir kommen nur von der B252. Musik 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 Musik